Wenn in einem Pufferspeicher die Temperaturdifferenz zwischen oben und unten nur weniger gerade beträgt, wirkt sich das negativ auf die Effizienz des angeschlossenen Wärmeerzeugers aus, zum Beispiel bei einem Brennwertgerät. Anders würde es aussehen, wenn die Temperaturdifferenz hoch wäre. Um dies zu erreichen, hat Vameco die Exergie-Maschine entwickelt. Im Rahmen einer Roadshow im Oktober und November dieses Jahres stellte der Hersteller die EXM in ganz Deutschland vor. Prinzipiell handelt es sich um eine Wärmepumpe. Die Exergie-Maschine entnimmt in der Mitte des Speichers Wasser, hebt dessen Temperatur über den Kältekreislauf an und speist das heiße Wasser oben im Speicher ein. Wie bei einer Wärmepumpe entsteht bei dem Prozesskälte. Um sie abzuführen, entnimmt die EXM dem Speicher ebenfalls in der Mitte Wasser und speist es abgekühlt unten ein. Auf diese Weise erzeugt die EXM die gewollte Temperaturschichtung im Speicher. Weitere Infos gibt es unter www.vameco.de dann muss ich die Ecke ein. Ich mache die Ecke. Untertitelung des ZDF, 2020